In diesem Video bekommt ihr einen Überblick, wie ihr mit der sogenannten Roving Accelerometer-Methode, also mit einem wandernden Beschleunigungssensor, die Daten für eine Modalanalyse ganz einfach messen könnt. Ein guter Grund, diese Methode zu wählen, ist schlicht der, dass man mit dem Hammer nicht alle Messpunkte erreichen kann. Gerade in einem beengten Motorraum ist selten genug Platz, um den Hammer ausreichend frei schwingen zu können. Die Beschleunigungssensoren hingegen kann man auf die ausgewählten Messpunkte problemlos applizieren. Womit wir bei einem weiteren Vorteil gegenüber der Roving Hammer-Methode sind. Bei Roving Accelerometer können die Daten mehrerer Beschleunigungssensoren gleichzeitig verarbeitet werden, hier exemplarisch mit zwei Triax-Sensoren dargestellt. Setzt man beispielsweise 100 Kanäle ein, lässt sich bei einer wiederkehrenden Messreihe so sehr viel Zeit einsparen. Wir starten, indem wir in der Atemus Suite unter Datenakquise Roving Accelerometer als Methode auswählen. Zunächst beschreiben wir unser Objekt und können dann im nächsten Schritt Modelldaten einlesen, was den Vorteil hat, dass alle zu messenden Punkte mir direkt als eine To-Do-Liste angeboten werden. Wir wollen hier nur das Gehäuse vermessen. Entsprechend lösche ich die überflüssigen Punkte und fertig ist mein Messplan. Die verwendeten Sensoren kann ich einfach per Drag & Drop den entsprechenden Kanälen zuordnen. Oder ich rufe die TETS-Informationen ab, dann ist es noch einfacher. Kommen wir zum vermeintlich schwierigsten Teil, das Finden geeigneter Analyseeinstellungen. Hier genügen ein paar Probeschläge. Die Atemus Suite ermittelt daraus eine sinnvolle Kombination aus Vorauslösung, Messbereich, Abtastrate, Fensterlänge und Fensterung für dieses Messobjekt. Schon geht's ans Messen. Die Suite schlägt anhand des Messplans Positionen für alle beteiligten Sensoren vor. Die korrekte Position und Lage lassen sich zwischen Messobjekt und Modell optisch leicht abgleichen. Nun regen wir mit dem Impulshammer immer denselben Referenzpunkt an. Fertig. Und schon werden die nächsten Messpositionen für die einzelnen Sensoren vorgeschlagen. Also nehmen wir den Sensor und applizieren den jetzt an Position 3. Wenn aus irgendeinem Grund es so nicht passt und wir den Sensor drehen müssen, dann tun wir das einfach und teilen die neue Lage einfach im Modell mit. Und damit sind wir wieder fehlerfrei. Während der Datenakquise wird die Qualität jedes Schlages automatisch überprüft. Bei diesem Punkt kommt es natürlich zu einer Übersteuerung, die die Suite erkennt und automatisch den Messbereich für diesen Punkt anpasst. Man muss nur stur weiterklopfen und alle Messpunkte werden korrekt eingefahren. Es ist so einfach. Zum Schluss werden die gemessenen Übertragungsfunktionen ins Modell zurückgespielt. Die korrekte Zuordnung der Punkte und deren Richtungen erfolgt dabei automatisch. Hier lassen sich nun die kritischen Schwingfrequenzen visualisieren und die Moden des Testobjekts berechnen. Und man versteht, warum der eine mehr jetzt mehr brummt als der andere. Jetzt ist alles klar.